Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hotz wieder mit Chingy und ich spiele Funkelchen, den übelst krassesten Krieger, den es überhaupt gibt. Den Tank aller Tanks. Moin! Hier, mach ich das. Immer oben hast du gesagt, ne? Ja, warte, ich komm mit. Ich war gerade unten. Ja, sorry. Oha. Ich hab... Ja, ich weiß. Oha. Ja, ich weiß. Setzen sieben. Sag nix. Sag nix. Map Rotation ist ja auch RIP, weißt du? Geht gar nix mehr. Immer nur die gleiche Map. Map Rotation? Was ist das? Kann man das kaufen? Verursacht in einem kleinen Wirkungsbereich. Schaden in einem größeren Wirkungsbereich. Schaden. Aha. Verrierend die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. Aha. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. Aha. Okay, jetzt hab ich Bescheid. Puff. Ja, okay. Keine Hilfe. Du bist fast tot. Du brauchst Hilfe. Und trotzdem muss ich überwägt. Alter, lass mich mal hier raus hier, Schweine. Okay, ich bin tot. Zu wildes bin ich nicht first blood geworden. Ja, ich hab dich ja nochmal gesaved, weißt du? Hab dir nochmal einen Boost gegeben gespielt. Ja, ja, das Schild. Deswegen. Och komm, ernsthaft. Ja, ich muss erstmal mit den Fähigkeiten klarkommen. Wo ist denn die? Ja, weißt du, und jetzt haut sie ab, weißt du? Ja, wir haben halt Bock, ne? Ja, komm, warum sind jetzt so viele hier oben? Na, die haben halt Bock, ne? Ja, komm, versuch's. Versuch. Ach komm, die ist lowlife. Warum guckt die denn nicht hinterher? Die Liming. Boah, ich bin schon wieder da. Wie ist denn da jetzt reingegangen? Also ich glaub, Funkelchen ist nicht so unbedingt mein Ding. Na, glaub ich, merk ich. Und wieder überlebt die so. Ja, Niko, mit dem ich das gespielt hab, der hat die gut gespielt, ey. Aber ist, äh, naja. Ist nicht meins. Aber soll ich ein bisschen rumtesten, ja. Ja, weißt du, jetzt wieder verschwinden, weißt du? Geh doch drauf, Liming. Was ist denn dein Problem? Das versteh ich nicht. Weißt du, die eine war lowlife, die hätte eigentlich... Nein, nicht mich. Okay. Ach, falsche Fähigkeit, ey. Ich benutze auch immer die falsche Fähigkeit. Ich kann's mir sagen, was du willst, aber du kannst mit Liming definitiv besser umgehen. Ah, das kann nicht sein, ne? Halt! Na, lass die mal. Oh. Heißhartenhammer. Sargent Hamer. So, erstmal schön die Heilung boosten hier. Da ist er. Oben, oben, oben. Heiß oben, ja. Ich hab's gesehen. Da ist er. Scheiße. Der, die, was? Funkelchen kann er nebenwerfen? Was ist das für ein Spacken, ey? Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Sehr gut. Hä? Ich hab nicht gemacht. Warum nicht? Ach, Liming, guck mal, abgesnackt. Oh Gott, ich will. Oh Gott. Hilfe. Schützt mich. Geht doch. Ich hab das getankt, Alter. Ja, komm, das kriegen wir jetzt aber hin. Aber ich hab... Kannst du Schild wieder casten? Äh. Na ja. Nee. Aber die machen wir. Komm schon. Hilfe. Hammer. Geh weg. Yes, ich hab die. Okay, jetzt muss ich... So ein bisschen heimlich, aber nicht viel. Egal. Star, star, star. Nice. Oh Gott, da kommen die Nächsten. Nein, nein, nein. Egal, komm. Jetzt ist es egal. Es ist doch nicht egal, ich bin alleine. Und wir haben sogar 100% erreicht. Wir haben das sogar so lange defended. Geil. Hallo, du der Kackwolf. Geh mal weg. Lass dich in Ruhe. Boah, der ist übelst nervig, Stasis und jetzt geht's los. Was war das denn jetzt von Liming, bitte? Ja, klar. Ich geh mal runter, ne? Ich hab mich verwandelt in ein Schwein, ein Schwein hat mich getötet. Liming ist so schlecht, ganz für meine alte Welt. Ja, vielleicht, wir hätten, glaube ich, hier tauschen Sachen. Ja. Ich Liming, sie funkelt hier, dann wär wahrscheinlich besser gewesen. Wahrscheinlich, ja. Egal. Man muss das Beste aus der Situation machen. Kräftig, ne? Ah, wir haben aber unten noch alles behalten. Was sollte das denn jetzt? Oh, fuck. Ich komm mal hoch, ne? Warum sind die jetzt schon wieder alle hoch? Die kommen auch nicht hoch. Boah, Alter, was zur Hölle? Warum war ich auf einmal da vorne? Grundsfähigkeit verlieren die Anflugzeit von... Naja. Yes! Nein, was? Boah. Yes! Okay. Ah, come on. Ich bin sogar besser als die momentan vom Level her. Wer jetzt? Ach, hier? Ja, klar. Aber trotzdem ist die Liming ein Scheißer. Ja gut, ne? Machst du nix? Kannst du machen, machst du nix. Einen Satz mit nix. Komm, Kassa kriegen wir. Ich kann dich unaufhaltbar machen. Jetzt. Weiß nicht. Okay, es ist schon wieder weg, alles klar. Es hält sehr lange. Ah, lass mal. Aber ich hab's hier verwandelt. Okay, der war jetzt extrem knapp. Oha. Okay, da muss ich wieder zurück. Die Signale werden mit Energie verschockt. Aber der wär knapp gewesen. Da hätten wir fast ein Double-Kill gemacht. Mhm. Egal, ich komm mal zum oberen. Oder nee, ich geh zum unteren. Das ist, glaub ich, besser. Oben krieg ich dir, glaub ich, alleine hin, oder? Ich... Ich würd jetzt nicht ja sagen, aber... Nehmen Sie die Kontrolle darüber, bevor der Feind es tut! Die Ming ruled schon. Sie macht das. Ja, schön. Und jetzt? Nein! Egal, wir haben unten wieder. Gut. Weil ich hab noch vorher den, äh... Wie heißt der? Weiß nicht. Den Rega hab ich noch gekriegt. Was ist denn jetzt schon wieder für eine Nachricht? Komm schon! Komm schon! Ja. Wie, die Ming, das war doch definitiv mein Last-Hit, ey. Habt ihr gekriegt? Ja, sehr schön. Ja, einen haben wir gekriegt, ja. Beistand kann sie zu verbinden, sie zu heilen, für Gegend und wirkungsvolle Schaden zu und stürzt zurück. Ich mach mal den, ich mach mal das Heel-Ding. Ich komm mal wieder hoch. Allein schon wegen Sgt. Hammer. Sgt. Hammer-Hämmelchen. Hammer-Hämmelchen, Hammer-Hämmelchen. Oh Gott, 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 oh Gott. Halt. Wow. Das hält ja richtig lange, ey. Das ist unaufhaltbar. Was? macht sie nicht in meine richtung warte ich mach mal kurz den tower hier kaputt ich kann mich zu dir also ich kann mich zu einem porten und dann wird der geheilt was der sex haben wir schon da ja wir hatten noch nicht viel die sind alle unten ja weil sie verteidigen wollen gut dann kommen dann können wir oben machen dann pushen wird das Ding sehr gut los geht nach vorne ihr müsst ihr müsst da was machen dieses unaufhaltbar ist ja eine Sekunde lang bist du unaufhaltbar wird das bringt ja gar nichts im Kampf ja vergiss es der fest können sie oben auch nicht lassen und weil sie müssten eigentlich unten dürfen deswegen ok vergiss es der tor ist es macht mir ein bisschen zu viel schaden jetzt bist du zu weit weg ja sorry aber ich bin hier eigentlich die ganze zeit warum zieht ihr mich damit rein ich bin klein und ja hier ist danke alter hast du mir den arsch gerettet nächstes talent schon wieder alter was ist denn hier los ja wir sind immer zu gesperrt mit dem scheißen ja komm egal dann mal eben ein tor ok da gehe ich zurück das sind mir zu viele ich danke euch heilen ich habe echt extrem lange überlebt dank dir ne das ist unglaublich ich habe echt extrem lange überlebt dank dir ne das ist unglaublich da müsste die heilung eigentlich noch so richtig hart maximieren ja definitiv aber das ist echt boah wie viel ich weggetankt habe guck dir das an ich habe 56.000 schaden weggetankt davon habe ich 30.000 wahrscheinlich geheilt ja ja und Asmodan hat den meisten äh Gebäudeschaden gemacht ja gut ist auch Asmodans äh Ding ja ich gehe runter ok geht mal oben hin ja die sind oben ne Donald zu zweit ok ja das kriegen wir wieder hin ich mit zwei Siege in Folge ich mit ich mit Tyrann hier oben ist aber ne gute Idee ok ich kann das wie gesagt alleine halten von daher kriegen wir hin die können da nichts mehr deffen guck dir deren Basis an guck dir deren Basis an ja die sind eh alle dort hier oh Gott ich bin tot scheiße ich dachte der ne die übernehmen beide ja haben wir geschafft ich dachte der Bereich für den Teleport ist ein bisschen äh größer ich komme mal hoch sind ein paar lowlife ne wahrscheinlich nicht oder doch ne die Haka halt halb ne ist über halbes Leben ne nicht so wirklich nicht so wirklich hehehe ulti lass grüßen double kill äh könnte verwandeln erhöht die Dauer von Verwandlung Welt der Tiere Verwandlung verringt die Panzerung ok das ist zu viel wir machen das jetzt ah für den Helden zusätzlichen Scherz ja da bin ich wirklich zufrieden flieg 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 kleiner Vogel flieg 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 wow wow ok da wurde ich das waren drei auf da hätte ich keine Chance gehabt ich danke euch das ist mal ein bisschen aufgepasst ey ja merke ich ich habe ja schon fast Waller und Kassia vom Helden aber wie schnell die die Zergs trotzdem irgendwie platt machen ja da gebe ich dir recht aber deren Base ist trotzdem äh wie heißt das fast platt also das können die jetzt nicht mehr so deffen außer denn die drehen das jetzt wirklich noch aber Sergeant Hammer geht nicht so oft in den Belagerungsmodus nö irgendwie nicht jetzt und wieder äh ach du kannst die verwandeln mhm komm mal wieder hoch hä warte ach der höh wer repariert denn das Viech äh von denen oder bei uns ne bei uns hier die Base ist gerade da ich glaube kann ein Tyrande das nicht ne irgendeiner Tyrande habe ich schon öfter gespielt und die kann das definitiv nicht irgendeiner kann das das weiß ich ne ne verwandelt sich erstmal schön in ein Schwein oh Gott ich muss so weit nach vorne gehen funkelschinn die Schweiße bist ein krasser Dude aber so nicht wow ich werde gerade ernsthaft schaden oh oh okay okay ich bin dort da da oh alter warum wie viel kann die dein Gitter das alter alter da war Tyrande leider ein bisschen zu weit weg von mir da war Tyrande leider ein bisschen zu weit weg von mir ja die ist auch nicht wirklich die ist mehr so auf Kampfhaus ne die ist jetzt nicht wirklich so die healerin in diesem Spiel ne na hat 12.000 nur geheilt das ist ein bisschen wenig finde ich normalerweise sollte sie definitiv viel mehr heilen theoretisch da ist jemand unsichtbar das ist so ein Hammer ach komm schon schnell mach mal kaputt das ist so ein Hammer mal umkehlen wenn ich noch so schnell genug bin na jetzt haus ab ne tut sie nicht nein die bleibt auf dem Punkt ich kann sie halt verlangsamen ne die ist geblendet das war langsam jetzt nicht mehr du brauchst keine Hilfe sterben kannst du komm schon komm schon komm schon warum ist sie so schnell keine Ahnung hat irgendeinen boost oder so ja ja geht doch gg das kriegen wir nicht hin ja die haben 100% vergesst ja gut wieso jetzt sind der Hammer hergegangen ne ja sind sowieso oben also ich könnte das tanken wenn du mich oft genug hielst deswegen ich kann es versuchen zumindest ne wo dort wird gerade 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 das kann ich so viel kann ich nicht denken ne sorry boah alter wie schnell die aus dem was machen die eigentlich ja wir hätten nicht es hat schon immer hinterher laufen sollen ja definitiv das war ein bisschen dumm warum sind das modern und so alles tot hier ist nicht hier ist nicht oh okay so bitte wenn er die wäsche da oben macht hab ich kein problem damit vielleicht schaffen schaffen sie es ja komm schon schild ist gleich weg jetzt schild ist weg das gewinnt mir macht schneller ich bin nicht so sicher oder nicht schauen wir nicht haben wir aber das ist auch unsere schuld ja hätten wir das mal aufgehalten hätten wir das eventuell noch gewinnen können ah scheiße oh my god das war ja eh nur Sergeant Hammer das war das Problem na eigentlich hättest du dann zum Punkt gehen sollen ja aber trotzdem krieg ich Raufbold alter! 43% des gesamten Schadens 5 Feilungen in letzter Sekunde hier da gibts ein Like von mir selbst so die sieht ziemlich aus oh Tore wir sind wieder drin du bist Lebensretter ich bin Raufbold passt doch leider Niederlage aber so ist das manchmal ne ja leider tja bis zum nächsten mal hau da rein ne tschö